Einen recht schönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Im Namen des Döblinger Sinnkreises darf ich Sie recht herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen. Ganz besonders möchte ich natürlich Seine Exzellenz, den Herrn Wirtschaftler, willkommen heißen. Wir freuen uns, dass wir aus Wien, aus dem 19. Bezirk aus Wien-Döbling, auch hier eingeladen worden sind, an Ihrem Neunachsfest teilzuhaben. Dies verdanken wir natürlich vor allem einer besonders guten Freundschaft mit dem Taiwan Chor in Wien, dem wir sehr dankbar sind. Wir durften schon zwei Konzerte miteinander gestalten. Und an dieser Stelle darf ich Sie auch gleich mal herzlich einladen. Wenn Taiwan Chor in Wien oder Döblinger Sinnkreis oder wir beide gemeinsam ein Konzert veranstalten, also das müssen Sie sich einfach anhören. Frau Alec, möchte ich sagen, wie wunderbar es für uns aus Wien ist, was wir hier alles sehen können. Wir haben den wunderbaren Brachentanz erlebt. Wir haben die Teepflügerinnen gesehen. Wir haben beim Konfu zuletzt auch noch mitwirken oder dabei sein können. Und vor allem die wunderbaren Spanische Einladung. Also es war wunderbar. Fast scheuen wir uns, da auch unseren Beitrag leisten zu dürfen. Aber wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Wir singen dann noch drei Lieder. Aber vor allem jetzt schon möchte ich Ihnen ein wunderbares, alles Gute Erfolg für das neue Jahr des Tigers wünschen. Vielen Dank.